Hallo? Irgendwann zahlen die dafür alle. Mein Mann war Polizist, mein Vater war Polizist. Dann kommen Sie doch auch zu uns. Wir suchen immer Nachwuchs. Spür mal lieber, anstatt mir den Löchern überhaupt zu fragen. Die Pfanne ist mal langsam sauber, he? Lasst Sie sofort mein Grundstück! Ich warne Sie! Können Sie vielleicht drei Tage für uns zur Probe arbeiten? Unbezahlt vorerst? Die Generation Praktikum kennt kein Alter. Bitte! Herr Döswerk! Wenn Sie hier fertig sind, dann können Sie vorerst Feierabend machen. Seien Sie, was ich will. Dass die Frau Ihre Lügen zugebt, damit klar wird, dass ich fünf Jahre unschuldig im Gefängnis war. Verdammt nochmal! Verlassen Sie auf der Stelle mein Büro, sonst zeige ich Sie an. Wollen Sie sich heute noch was antun? Äh, hatte ich an und für sich nicht vor. Die würde mich rausspeisen, wenn die das mit der geklauten Akte mitkriegt.